Ich habe dich gefragt, was will Jesus von meinem Charme haben? Er würde, ja. Joker, du suchst doch einen wirklich sehr, sehr belesenen Menschen, ne? Der wirklich auf alle seine Fragen eingehen kann, richtig? Du bist doch belesen. Warte, richtig? Nein, du bist doch belesen. Der hat mir gerade geschrieben. Ich habe einen Bruder, der hat mir gerade geschrieben. Er kann dir auf alle deine Fragen eine Antwort geben. Kann er gerne nachher machen, aber jetzt bist ja du hier. Hol ihn jetzt hoch. Er hat mir gerade geschrieben, weil er kann mir alle deine Fragen eine Antwort geben. Hol ihn hoch. Ja, aber warte noch mal. Isam, ganz kurz, bitte. Du hast doch mit Achie Schwitzkasten eine Debatte führen wollen und geprahlt, dass du alles weißt und auf alles antworten kannst. Nein, warte, darum geht es hier gerade gar nicht. Und du bist doch jetzt gerade hier. Warum? Warte mal, darum geht es. Du bist jetzt deinen Boss oder deinen Freund oder deinen Prozeng. Das ist mein Freund, das ist mein Freund. Wir brauchen ihn jetzt nicht. Ich habe dich gefragt, was will Jesus von meinem Scham haben? Er würde gerne mit dir reden. Ja, er hol ihn hoch. Er wird dir alles... Ich habe dich gefragt. Du bist der Profi, aber Arter, du gibst... Ja, okay, dann hol ihn jetzt hoch. Du kommst zu einer Debatte und willst dein Cousin und deinen Freund holen. Also keine Antwort hat sich eingeschissen. Hast du gesehen, Isam? Er hat dann sofort einfach so eingeknickt nach dem Motto, okay, gut, ich danke dir, jetzt weiß ich das so. Obwohl er davor sehr, sehr spitz geschossen hat. Ja, da habe ich das richtig verstanden. Aber Arter ist jetzt abgehauen, geflüchtet und hat dich geholt stattdessen. Aber was heißt geflüchtet? Ähm, guck mal. Na, offensichtlich ist er gerade geflüchtet und hat dich geholt. Ich habe keine Ahnung von dem Islam. Ich bin kein Islamkritiker. Ich beschäftige mich mit meinem Glauben. Kann so jemand den Heiligen Geist haben? Jemand, der ständig dieselbe Sünde tut, ohne Buße zu tun und zu bereuen. Kann er den Heiligen Geist haben? Eine simple Frage. Wenn ich jeden Tag Unzucht begehe und ich bereue nicht, das mache ich über einen gewissen Zeitraum. Kann man davon sprechen, dass ich den Heiligen Geist habe? Sei mal ehrlich. Du musst ein bisschen ehrlich sein hier. Ja, natürlich müssen wir ehrlich sein. Du musst dir das so vorstellen. Der Heilige Geist hat so viel Macht über mich, wie viel Raum ich ihm gebe. Du musst dir das so vorstellen. Der Heilige Geist hat so viel Macht über mich, wie viel Raum ich ihm gebe. You are a Kaffir as well. You are a disbeliever. Abo Arzach, ist doch dein Ernst, Abo Arzach. Ist doch dein Ernst? Aber so soll er ernst gewesen jetzt?